Koch-ABC wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Küchen und Ideen, AMC, Stadtwerke Gotha GmbH, Real und Restaurant XY. Hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserem Koch-ABC, hier aus dem Küchenstudio Küchen und Ideen in Gotha Siebleben. Uns kennen Sie bereits, wir sind Ralf und Ilka Heinemann aus dem Restaurant XY in Gotha am Brühl. Heute haben wir für Sie ein leichtes Sommermenü mitgebracht. Als Vorspeise werden wir eine besondere Spargelcremesuppe zubereiten. Das Hauptgericht wird eine gebratene Hühnerbrust mit einer Wildreismischung, ein Gemüse sein und als Nachspeise werden wir ein Erdbeer-Carpaccio servieren. Für die Spargelcremesuppe benötigen wir den Spargel, Ingwer, Mandeln, Schlagsahne, ein Geflügelfong. Für die Hauptspeise benötigen wir die Hühnerbrust, Butter, eine Reismischung, Gemüse, ich habe diesmal mitgebracht, Möhren, eine Zucchini, Lauch und Paprika. Wir nehmen noch zum Würzen ein bisschen Zitrone, Orangenschale. Für die Nachspeise haben wir frische Erdbeeren, Balsamico-Reduktion, Pfeffer. Ich schneide den Spargel in Schülchen. Die Köpfe lege ich separat. Für die Suppe benötigen wir noch geröstete Mandelblättchen. Die rösten wir ohne Butter an, weil Mandeln genügend Fett haben. Das wird reichen. Das dauert ein Weilchen. Nur goldgelb werden lassen. Aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Die Mandeln sind fertig, sie sind geröstet. Die nehmen wir aus dem Topf, damit sie abkühlen können. Ralf schneidet in der Zwischenzeit die Zwiebeln und ein kleines Stück Ingwer. Wir geben ein klein wenig Rapsöl in den Topf. Die Schalotten. Der Ingwer wird kurz angeröstet als Grundlage für die Suppe. Nur ganz kurz. Und wir löschen dann mit unserem Geflügelfond ab. Lassen das schön heiß werden und geben dann die Spargelstücke hinein und lassen sie ca. 10 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit filetiert Ralf die Orange. Wir brauchen einmal die Orangenfilets und zum anderen den Saft. Er wird den auffangen hier in einer Schüssel. Das nehmen wir dann, um die Suppe zu verfeinern. Die Filets werden zwischen den Trennhäuten rausgeschnitten, damit auch das weiße Häutchen nicht dabei ist. Das ist immer sehr bitter. In der Zwischenzeit setzen wir den Reis an. Ich nehme auch wieder ein kleines bisschen Öl. Ein paar Schalotten werden kurz angedünstet. Wir geben den Reis gleich mit dazu. Auch den Reis kurz anbraten, bis er eine glasige Farbe hat. Der Reis ist angedünstet. Er ist schön glasig. Wir löschen das jetzt mit Wasser ab. Erstmal nur so viel, dass der Reis gerade bedeckt ist. Also man nimmt ungefähr 120 Gramm Reis für zwei Personen. Wir würzen den Reis. Ich nehme in dem Fall Salz. Mehr braucht es erstmal nicht. Und wenn es aufgekocht ist, dann wird er abgedeckelt und darf dämpfen. Reif putzt zwischenzeitlich das Gemüse für unseren Gemüsereis. Die Möhren werden geschält, der Lauch geputzt. Und er schneidet alles in kleine Schülien. Wir braten die Geflügelbrüste an. Ich habe Butterschmalz in der Pfanne. Das lasse ich zergehen. Schön warm werden lassen. Dann kommt die Hühnerbrust rein. Ungewürzt. Wir würzen erst nach dem Garprozess, damit der Fleischsaft im Fleisch erhalten bleibt. Wir können da auch eine Scheibe Ingwer mit reingeben. Der mag dann auch Knoblauch mit reingeben. Ich finde immer, Ingwer passt sehr gut zu Geflügel. Wenn sich das Fleisch von allein vom Topfboden löst, dann haben sich die Poren geschlossen. Und man kann es wenden. Die Geflügelbrust ist schön goldgelb. Wir nehmen sie jetzt raus. Wickeln sie in Alufolie, um sie im Ofen dann färbig garen zu lassen. Man kann ruhig das Bratfett mit dazugeben. Schön dicht verschließen und dann im Herd bei 95 Grad fertig garen lassen. Das sind ca. 10 Minuten. Der Spargel ist fast gegart. Wir geben jetzt die zarten Spitzen dazu. Die haben eine geringere Garzeit. Ungefähr nochmal 5 Minuten. Lassen wir das ruhen. Um dann die Suppe fertig zu stellen. Zwischenzeitlich putzt Reif das restliche Gemüse noch. Für unseren Gemüsereis. Der Spargel ist gar. Wir nehmen ein paar Stücke für die Garnitur mit raus. Um dann die restliche Suppe zu pürieren. Ich gebe hier jetzt den aufgefangenen Orangensaft rein. Und ein wenig Sahne. Wir würzen die Suppe noch mit ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Ich gebe auch noch ein kleines Stück Butter mit rein. Für den Geschmack. Wir braten jetzt unser Gemüse an. Für den Gemüsereis. Geben wir auch wieder ein wenig Butter in die Pfanne. Lassen die schmelzen. Butter ist für Gemüse immer besser. Schmeckt halt ganz einfach. Wir wirzen das mit Salz. Und Pfeffer. Ich habe noch ein paar Provence-Kräuter mitgebracht. Mit Lavendel. Bekommt das Gemüse einen mediterranen Geschmack. Wir garben das Gemüse bisstfest. Damit auch noch Vitamine erhalten bleiben. Ich bereite das Erdbeerkapackstuch vor. Wir werden die Erdbeerkapackstuch erst mal mit Pfeffer. Das klingt jetzt ungewöhnlich, aber es schmeckt ganz, ganz lecker. Wir geben ein wenig Balsamico-Essig drauf. Und zum Schluss eine Balsamico-Reduktion. Das ist praktisch der eingekochte Balsamico-Essig. Der ist noch hochkonzentrierter. Und unser Dessert ist fertig. Wir nehmen unsere Hühnerbrust aus dem Ofen. Die sieht gut aus. Und wir würzen sie. Erst jetzt wird sie gewürzt. Mit Salz und Pfeffer. Lassen sie noch einen kleinen Moment ruhen. Da entspannt sich das Fleisch. Da bleibt sie innen schön saftig. Wir gießen den Reis ab in ein Sieb. Und spülen ihn anschließend nochmal mit Warmwasser ab. Die Gemüsemischung ist fast fertig. Jetzt kommen zum Schluss die Erbsen rein, weil die die geringste Garzeit haben. Das dauert nur eine Minute. Und wir richten in der Zwischenzeit unseren Reis auf dem Teller an. Als Soße schlagen wir jetzt noch eine Orangenhollandaise auf. Da trennen wir das Ei. Wir brauchen nur das Eigelb. Gut. Auch ein wenig Salz. Wir lassen für die Soße noch Butter schmelzen. Die Hühnerbrust ist sehr schön saftig. Man sieht das noch. Kommt auf unsere Hauptspeise. Und die Orangenhollandaise geben wir über die Hühnerbrust. Und als Sößchen obendrauf. Nun richten wir noch die Suppe ein. Wir nehmen den Spargel als Einlage. Geben ein, zwei Orangenfilets mit rein. Ein wenig Dill. Und die gerösteten Mandelblättchen. Zu unserem Sommermenü empfehlen wir einen Grauburgunder vom Kaiserstuhl. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Nachkochen. Und würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier im Küchenstudio Küchen und Ideen zum Koch ABC sehen. Viel Erfolg. Ihre Familie Heinemann. Koch ABC wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Küchen und Ideen Gotha Siebleben, AMC, Stadtwerke Gotha GmbH, Real und Restaurant XY.